Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE 2K16, zu unserem kleinen King of the Wing. Und mein Gegner ist wieder Onkel, der gewinne einen Moment. Ja, und ich weiß auch, warum ich die ganze Zeit, aber nämlich in der Spielpause gesagt, er verliert die ganze Zeit, um seinen Undertaker wieder zurückzunehmen. Ach, Quatsch, oder? Wer weiß, wenn wir mal gucken. Nein, das sind jetzt seine Ausreden. Er findet jetzt sehr viele Ausreden, warum er verliert. Schlechter verliert er halt, so ist es nun mal. An der Ticker ist cool. Es tut auf jeden Fall für mich mal echt gut, mal so eine kleine Strähne zu haben. Ja, hast du, ist ja auch richtig. Ich würde ja besser gewinnen. Ja, ja, so. Okay, dann würde ich sagen, dann nimmst du mal den Randy Savage. Oh Mann, ey, jetzt muss ich aber gewinnen, ey. Wenn ich den auch noch verliert, dann fühle ich heute allergut und das ist nicht so gut. Ja, manchmal kommt es anders und, ja, erstens kommt es anders und zweitens erst mal denken, ne? Wie war das? So, und das ist jetzt auch ein Match, wovor ich Angst habe, muss ich sagen. Ihr seht ja jetzt schon den Gegner von Randy Savage. Und ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich zeige mal den Rivalen. Mal gucken, die Reaktion würde ich jetzt gerne mal wissen. Achso, wo ist er da? Oh Mann, scheiße. Oh nein, nicht der, ey. Der macht aus dem Nix einfach seinen Finisher. Ich hasse ihn. Ja, das Schlimme ist einfach nur, dass ich richtig Angst habe, jetzt zu verlieren. Ja, ich auch. Randy Savage ist weg, ey. Gegen den Schau mal geht, jetzt habe ich noch gar keine Chance gehabt. Ach Gott, ey, warum kriege ich immer wieder, oh. Ach, warum kriege ich immer wieder, oh. Ja, auf die Nase, gerade Borg Lesnar weg, jetzt der. Ja, irgendwann muss es halt auch mal so kommen. Nee, das ist echt scheiße. Irgendwann kommt alles zurück, was du eigentlich immer mal antust. Ja, ja. Und auch der, ey. Ah. Ja, Shawn Michaels zappelt. Zappelt herum. Kabumm. Jawolle, jetzt gibt es erstmal einen auf die Nüs. Kabumm. So, jawoll. Hä, ich hab doch gedrückt. Aha. Bäm. Nee, nee, der muss raus. Okay, er mischt dich so. Und er blockt wieder. Er blockt wieder, okay. Okay. Ich weiß auch nicht, aber ich fand's gut. Das ist ein guter Zeichen. Was? Du kannst doch nicht meinen laufenden Run einfach so wegblocken. Wieso? Ja, weil ich das nicht möchte. Achso. Ja, dann. Aber ich geb dir ein Move zurück. Bäm. Ich hoffe, er gefällt dir. Ach, komm. Und ein Move, bitte. Dankeschön. Uiuiui. Boah, nach diesem harten Gemetzel hier brauch ich jetzt erstmal was. So, komm rein. Ach, du sollst reinkommen, hab ich gesagt. Was brauchst du denn nach dem Harten? Aber ist egal. Weil du bist eh geschwächt. Bitte? Was brauch ich? Ein Move? Hast du gesagt. Ich brauch mal wieder einen. Naja, ich muss ja später wieder vom Seil springen und sowas, ne? Achso, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich brauche ja die Moves, um meine Finisher-Anzeige zu füllen und so. Ja, das heißt alles nix, liebe Freunde. Der Shawn Michaels hat damals auch schon so auf die Nase bekommen. Und dann hat er noch gewonnen. Ja, cool. Da erinnere ich mich noch dran an den Move. Er haut den Schiedsrichter. Hoffentlich wirst du disqualifiziert. Hast du auf jeden Fall verdient. Oh Mann, jetzt kommt er auch noch mit dem Stuhl rein. Holst du jetzt alles, was es gibt, oder was? Leiter auch noch? Deine Leiter? Oh, ein Basie. Aber, haha, der Tisch ist schneller als ein Baseballschläger. Nein, nein, du nicht, mein Freund. Du nicht, mein Freund. Und es. Geht der schon wieder super los. Ja, finde ich auch. Der Macho Man, der Macho Man, der Macho Man, der Macho Man, der Macho Man. Ja, er hat für dich das getroffen. Ja, ja, ja. Aber der wird rauskommen, oder? Na, aber locker. Aber locker kommt er da raus. Oh, das ist so ein spannendes Match. Also, wenn ich, ich hoffe, ich gewinne das. Einfach aus dem Grund, weil er mich vorhin so ausgelacht hat mit Brock Lesnar. Boah, halt die Fresse. Das machst du jedes Mal. Wenn ich verliere, lass du mich aus, du kleiner Penner. Äh? Hast du jetzt gerade dein, dein Comeback vermasselt? Was macht meiner? Der ist ja total bescheuert. Er springt daneben. Warum? Was machst du denn? Ich versuche, dich anzuvissieren, aber er dreht sich einfach nicht um. Oh. Ich verstehe das nicht mit dem Drücken hier. Ich drücke die Tasten, die angezeigt werden, aber trotzdem macht er dann nichts. Ja, ja. Ah, du Penner. Na, komm rein. Jawoll. Jetzt wird er gebasied hier, mein Kleiner. Warum tut er denn hin, ey? Der ist total lebensmüde. Oh, Gott, ey. Ja, vielleicht würdest du den ersten Mal ganz kurz ein bisschen dingsen müssen. Hey, ich hab doch gedrückt. Äh, ich verstehe das nicht. Ey, lass mich raus. Hallo. Oh. Das tut weh, ja. Das hab ich schon mal auf einem Film gesehen. Was ist das? Ich dachte, jetzt hast du schon abbekommen, hab ich jetzt gedacht. Ja, ja, nur. Jetzt dachte ich erzählst du wieder die Geschichten von damals, von deiner Army-Zeit. Wo ich, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich im Wrestling war, ja. 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 Damals, als gegen United Giant hab ich gekämpft. Ja, so alt ist er wie war nur eigentlich, ne? Ja, ich bin ganz alt. Man merkt, er ist vorsichtiger. Ich merke das. Gefällt mir hier überhaupt alles nicht. Ich sag dir, dann ist total verwirrend mit dem Ding. Danke. Oh, meine Fresse. Oh. Ich will ja nichts sagen, aber das sieht auf jeden Fall so aus, als hätte das wehgetan. Und meiner fällt natürlich sofort um. Ja. Scheiße. Auf den Tisch. Oh, ja. Oh, ja. Oh, schön das Ding. Und jetzt, meine lieben Freunde, der Finisher auf den Tisch. Auf den Tisch. Ja, ja, ja. Bitte, bitte, drück Kreis, drück Kreis. Ja, ich drücke Kreis. Und. One. Two. Nein. Er kommt überall raus. Das ist schon Michaels. Der ist ein Tier. Das ist ein Monster. Das ist ein Frettchen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah, nein, nein, nein. Batsch, mein Freund. Nein, scheiße. Ah. Oh, ich bin auch fit wie ein Turnschuh. Keine Gott sei Dank, ey. Aber übel gut, ey. Gekontert und der Tritt, ey. Der ist so gefährlich. Wahnsinn. Als würde man da nicht rauskommen. Oh, ich hab doch gedrückt. Mann. Oh. Puh. Schnell weg hier. Oh. Komm ich hier rein und krieg schon wieder einen auf die Nuss her. Der ist wild in da. Der ist so großartig aus diesem Mann. Oh, nicht wieder. Nicht wieder. Ah. Ah, das Drücken ist irgendwie heute nicht so mein Ding. Ja. Ach, komm schon. Muss man wenigstens einmal richtig drücken. Immer zu früh, zu spät. Weißt du, wie es ständig geht? Boah, ey. Ja, ist richtig ärgerlich. Ne, Mann, ist richtig ärgerlich. Ja, ja, ist richtig ärgerlich. Und tausend Stunden lieg ich dann besoffen am Boden. Ach, komm, yo. Ich spring dich an, da passiert gar nichts. Jetzt flieg ich auch noch da durch. Ja. Hm. Das Lustige ist, dass mein Finisher weg ist. Das was ist? Mein Finisher ist weg. Wegen des Anzünden, glaube ich, geht ein Finisher weg. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Komm hoch. Komm, ja. Ich versuche auch gerade hochzukommen. Ach. Hä? Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Scheiße. Ich sag ja, das ist, das ist so geil. Es ist einfach mega geil. Ja. Und so wollte ich das. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und was macht meiner jetzt? Nein. Okay, meine lieben Freunde. Mit Fiebern. Der Finisher wird kommen. Im Laufe des Jahres. Ja, er hat getroffen. Ja. Und die Kammer. Der Dritte. Bitte, bitte. Lass ihn raus. One. Two. Nein. Wieso? Wieso? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. One. Two. Nein. Nein. Oh, ja. Der macht einen an. So macht den dann. Einen Antikammer. Oh. Wieder auf den Tisch, ey. Meiner zappelt schon vor Schmerzen. Ach, das gibt's doch nicht. Drei Finisher überlebt der. Was ist denn das für einer? Bist du der Hulk? Das gibt's überhaupt nicht, ey. Ich bin total fertig mit der Welt. Patz. Ach, komm. Und jetzt komm. Eins. Zwei. Naja. Ja. Ach, das ist so scheiße. Ja. Mann. Dreckige Kacke. Boah. Drei Finisher, Alter. Ja. Ja, das ist doch gar nicht. Und ich hab dich noch besiegt. Ja. Ja, ja. Macho-Mann ist raus. Er ist raus. Ja. Auch noch raus. So, liebe Freunde. Ah. Ich darf auch mal jubeln, liebe Freunde. Ah, ja. Du bist. Ja, ich hab dazu nichts zu sagen. Das ist einfach ärgerlich. Mann. Drei Finisher. Irgendwann muss das mal gut sein. Ah. Naja. Naja. Sind sie halt weg, ist das. Kann man nichts machen. Schade. 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 Gut, dann würd ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich bin mal gespannt, wenn er dann raushaut. Oh Mann. Und dann würd ich sagen, liebe Freunde, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. 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 Tschüss.